Das Videospielejahr 2023 hinterließ bei uns allen tiefe Spuren. Selten wuchs der Pile of Shame so hoch, denn ein Highlight folgte auf das andere. Aber Verschnaufpausen sind bekanntermaßen Mangelware und blicken wir vorsichtig in den Kalender offenbart sich schnell, auch 2024 haut uns eine Spieleperle nach der anderen um die Ohren. Wir haben uns in der Gameswelt-Redaktion umgehört, abgestimmt und die zehn vielversprechendsten Kandidaten des kommenden Jahres für euch festgelegt. Im ersten Moment hat die Entscheidung von Square Enix, das Remake von Final Fantasy 7 in drei Teile aufzuspalten, für Verwunderung und Unmut gesorgt. Zwar ist das Original von 1997 mit über 40 Stunden Spielzeit nicht gerade kurz, aber eine Drittelung roch eher nach Geldmacherei. Mittlerweile sind wir aber schlauer und wissen, dass die Final Fantasy 7 Neuauflage mehr ist als ein bloßes Remake und vielleicht eher den Titel Remix oder Neuinterpretation verdient hätte. In Rebirth lassen Söldner und Hargill Connoisseur Cloud Strife Blumenmädchen Aerith und ihre Gruppe von vermeintlichen Ökoterroristen die dreckige und ein bisschen zerstörte Industriemetropole Midgar hinter sich, um in der umliegenden Open World ihr Schicksal neu zu schmieden. Als der erste Dragons Dogma-Teil vor mehr als zehn Jahren erschien, war die Reaktion der Spieler und Kritiker eher verhalten. Viele hielten es für zu schwer und die Story für zu komplex und verschwurbelt. Im Laufe der Jahre hat sich die Drachenhatz aber immer mehr zum Geheimtipp unter Rollenspielfreunden gemausert und jetzt ist die Freude auf die Fortsetzung umso größer. Analog zu Teil 1 wird eurem Helden wortwörtlich von einem Drachen das Herz aus der Brust gerissen. Nachdem ihn das aber entgegen aller Erwartungen nicht umbringt, macht er sich auf, um sich sein Organ zurückzuholen und sich am Drachen zu rächen. Besonderes Highlight in Dragons Dogma sind die riesigen Gegner, auf denen ihr und eure Gruppe nach Belieben rumklettern dürft. Shadow of the Colossus lässt grüßen. Im Kino hatte Indy erst kürzlich seinen fünften Auftritt. Ein Videospiel mit dem abenteuerlustigen Professor liegt dagegen schon ein Weilchen zurück. Bereits 2009 erschienen Lego Indiana Jones 2 die neuen Abenteuer. 2024 könnte es jedoch ein richtig fettes Comeback geben. Die Wolfensteinmacher von Machine Games werkeln an einem Spiel, das in der Blütezeit von Indy angesiedelt sein soll. Das verspricht Erforschung, Action und Humor. Selbstverständlich mit Fedora auf dem Kopf und Peitsche in der Hand. Der bislang einzige und sehr kurze Trailer verrät lediglich ein paar Details. Im Video sind unter anderem ein Flugticket nach Rom sowie eine Karte der Vatikanstadt zu sehen. Jagt Indy also erneut ein heiliges Relikt? Bis auf weiteres bleiben nur Spekulationen. Klar ist dafür schon, dass Indiana Jones exklusiv für die Xbox erscheinen wird. Marvel tritt mächtig aufs Gaspedal, was Spieleumsetzungen angeht. Spider-Man, Wolverine und nun auch noch Blade. Bethesda überraschte bei den Game Awards 2023 jedenfalls mit der Ankündigung von Marvel's Blade, einem Singleplayer-Actionspiel aus der Third-Person-Perspektive. Die Story schickt euch nach Paris in einen Stadtteil, der aufgrund eines übernatürlichen Notfalls unter Quarantäne steht. Dort terrorisieren Vampire die Bewohner, die sich im Dunkeln nicht mehr aus dem Hause trauen können. Also ein idealer Spielplatz für den Daywalker. Spannend, Marvel's Blade wird von Arkane Leon entwickelt, dem gleichen Studio, das uns bereits Disornored und Deathloop beschert hat. Eigentlich ideale Voraussetzungen, um den Daywalker stilgerecht zum Leben zu erwecken. Einen konkreten Termin gibt's noch nicht, wir hoffen aber einfach mal, dass wir Marvel's Blade schon 2024 erleben können, auch wenn's wahrscheinlich nicht sehr realistisch ist. Mit Ori and the Blind Forest hauten die Moon Studios im Jahr 2015 ein Metroidvania auf den Markt, das mal eben das gesamte Genre umstülpte. Die wunderschöne Grafik in Kombination mit der genial aufgebauten Welt sorgte für einen sofortigen Kultstatus des Debuts. Der Nachfolger setzte konsequent daran an und entsprechend sind wir nun gespannt auf das nächste Werk des international verteilten Teams. No Rest for the Wicked setzt abermals auf eine handgezeichnete Optik, geht spielerisch aber andere Wege und ordnet sich eher ins Genre der Action-Rollenspiele ein. Laut dem Studio laufen die Kämpfe präzise und brutal ab, mit Button-Mashing kommt ihr allerdings nicht weit. Dazu ist die Welt Genre und typisch eher vertikal aufgebaut. Außerdem dürft ihr im Koop losziehen, wenn ihr die Insel Sakra nicht alleine retten wollt. Bereits der erste Trailer sieht so vielversprechend aus, dass wir richtig heiß auf die neuen Infos beim hauseigenen Showcase am 1. März 2024 sind. Videospiele mit Wolverine im Mittelpunkt liegen schon etwas länger zurück. Der X-Men hatte unter anderem auf dem Super Nintendo sowie PlayStation 3 und Xbox 360 einschlägige Auftritte, mitunter indizierter Art. In Sachen Produktionsbudget dürfte das kommende Marvels Wolverine jedoch alle bisher erschienenen Spiele locker zehnmal in die Tasche stecken. Der erste Trailer gibt zwar sehr wenig hier, aber allein die Aussicht, den Anti-Helden in einem richtig großen Spiel zu sehen, macht uns komplett wuschig. Vor allem, weil es von Insomniac Games kommt, dem Studio der Spider-Man-Spiele. Und die sind bekanntlich außerordentlich gut. Erhält Wolverine eine ähnliche Behandlung, wird es ein absoluter Kracher. Mit viel Blut und somit ab 18 Jahren. Allerdings gibt's da auch einen Haken. Laut den Leaks bei Insomniac wird dieser Titel wohl erst 2026 erscheinen. Diese Informationen sind aber nicht offiziell und bis jetzt nur Gerüchte. Das Soulslike des chinesischen Studios Gamescience stellt einen kuriosen Fall dar. Denn der erste Trailer sah schon so verdammt gut aus, dass viele Skeptiker einen astreinen Scam rochen. Doch mit jedem Video steigt die Zuversicht, dass Blackmouth Wukong tatsächlich ein geniales Spielwert. Bei der Präsentation in einer einzigen langen Kameraeinstellung ließen sich die Entwicklerinnen und Entwickler von God of War inspirieren und das Kampfsystem erinnert an Sekiro auf Steroiden. Angelehnt an den Literaturklassiker Die Reise nach Westen, spielen wir den König der Affen Sun Wukong und dürfen uns in diverse alternative Formen wie fliegende Insekten und andere Riesenmonster verwandeln. Auch beeindruckende Bosse sind mit von der Partie und scheint also ein echtes Genre-Highlight zu erwarten. Unser Platz 3 wird mit viel Spannung, aber auch viel Sorge beäugt. Immerhin hat das Entwicklerstudio GSC Game World durch den Ukraine-Krieg harte Zeiten hinter sich, weswegen der Titel schon mehrfach verschoben wurde. Im ersten Quartal soll es nun aber endlich klappen und ihr könnt euch in einem Mix aus Shooter, Horror und Survival-Game in der Sperrzone rund um das legendäre Atomkraftwerk austoben. Dort trotzt ihr sowohl menschlichen Gegnern als auch Mutanten und Anomalien, die durch die Verseuchung hervorgerufen wurden. Und das Ganze im Rahmen einer nicht-linearen Story in einer offenen, postapokalyptischen Spielwelt in Unreal Engine 5. Hoffen wir nur, dass all die Probleme bei der Entwicklung keine spürbar negativen Auswirkungen auf das Spiel hatten. Es wäre schade drum. Bereits das erste Hellblade zog uns durch seine dichte Atmosphäre und die grenzgeniale Umsetzung der Psychose von Senua in seinen Bann. Den Nachfolger Senuas Saga stellte Ninja Theory bereits 2019 vor und hält sich seitdem mit konkreten Informationen gekonnt zurück. In unregelmäßigen Abständen bekamen wir Trailer vorgesetzt, die vor allem eine bombastische Grafik versprechen. Aber auch die psychische Erkrankung der Heldin macht sich in den Szenen stark bemerkbar und dank des Soundtracks der Band Heilung zieht uns Hellblade 2 sicherlich sehr schnell in seinen nordischen Bann. Hoffen wir also, dass das Entwicklerstudio den angepeilten Release 2024 einhalten kann. Niemand Geringeres als das The Division Studio Massive Entertainment werkelt für Ubisoft am Open-World-Action-Titel Star Wars Outlaws, indem ihr die Rolle der Schmugglerin Kay Vess mit ihrem Droiden ND5 übernehmt. Das Spiel strotzt nur so vor Han Solo-Vibes und soll euch auf unterschiedliche Planeten des Star Wars Universums schicken, wo ihr kräftig die Blaster schwingen könnt. Die ersten Gameplay-Szenen zeigen Stealth, aber auch deftige Schießereien und Verfolgungsjagden auf Speedern vor beeindruckender Kulisse. Selbst Weltraum-Action ist zu sehen. Das alles sieht für uns vielversprechend genug aus, Star Wars Outlaws auf Platz 1 unserer Most Wanted für 2024 zu setzen.